ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir es kam ja jetzt schon länger nichts mehr und ich wollte jetzt einfach mal ein kleines info video machen ich bin momentan ziemlich im abitur stress eigentlich jetzt noch nicht so richtig drin aber ich will halt noch einiges abschließen bevor ich mich dann komplett aufs abitur widme sage ich mal so und deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel zeit für alles und zudem will ich auch noch das standard man jetzt nicht so zu stark vernachlässigen und da auch schön weiter produzieren und deswegen werde ich jetzt eine pause machen bis ende märz wahrscheinlich dann und also es ist keine wirkliche pause sondern ich lade halt so wie jetzt einfach nur mal video hoch so crazy pvp wird bald wieder kommen und jetzt halt keine projekte nur damit ihr es wisst und dass dann nicht mehr ein wird noch weiter produziert und kommt hoffentlich dann irgendwann ich bin ein bisschen hinter der zeit wie ich mir wie es mir geplant hatte aber ich hoffe schon dass spätestens war es klingt sehr hart viel aber vier monate oder fünf monate ich dann auch damit fertig bin ja das wollte ich eigentlich nur sagen und ja dann noch einen schönen tag tschüss bis zum nächsten Mal bei einem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020